In diesem Video werden wir zeigen, wie man mehrere Seitenhistogramme auf einem Chart in der Vollfix-Plattform einstellen kann. Die Einstellungen befinden sich im Menü Setup, Studis, Horizontal-Histogramm. Und auf diesem Chart haben wir ein Volumen-Histogramm für den gesamten geladenen Chart vom Monatsanfang. Dann das Delta-Histogramm für den gesamten geladenen Chart, das Volumen-Histogramm der letzten Woche. Und das Delta-Histogramm nur für die aktuelle Session. Lassen Sie uns zunächst die Histogramme auf die gleiche Weise konfigurieren. Standardmäßig ist also nur das Volumen-Histogramm des gesamten Charts aktiv. Und dann konfigurieren wir die übrigen drei Histogramme. Delta-Histogramm, steht, wird auf ON gesetzt. Wählen Sie den Timeframe des Histogramms. Und aktivieren Sie die Option Self-Area. Damit können Sie das Histogramm auf einer separaten Achse anzeigen lassen. Als nächstes folgt das Histogramm der letzten Woche. Zitromen Last Week. Aktivieren Sie die Option Self-Area. Und wählen Sie eine andere Farbe für das Histogramm. Ändern Sie auch die Farbe des Bereichs außerhalb der Wertzone. Das heißt außerhalb der TP-O-Linien. Als nächstes folgt das Delta-Histogramm. Wählen Sie den Delta-Typ. Zeitrahmen, die heutige Session. Und die Option Self-Area. Und wir sehen vier Histogramme für verschiedene Perioden oder verschiedene Arten von Histogrammen. Und jedes von ihnen auf seiner eigenen Achse. Beachten Sie auch die Möglichkeit, Limits für jedes der seitlichen Histogramme festzulegen. Setup Horizontal Histogramm Limit und sehen Sie alle Arten von Histogrammen. Die Histogramme, die Sie für jede Session sehen, werden im Bedienfeld konfiguriert. Dies ist eine Funktion von Timeframe 2, die mit einem einzigen Klick aktiviert wird. Eine vollständige Anleitung zum Konfigurieren des Seitenhistogramms finden Sie in einem separaten Video unter dem Link in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen zum Einstellen des Histogramms haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.